Ich erhalte viele verschiedene Fragen betreffend Heilung und so habe ich mich entschieden, einige gängige Aberfragen betreffend göttliche Heilung in der folgenden Serie zu thematisieren. Als erstes möchte ich einen einfachen, bekannten, aber mächtigen Vers aus 2. Mose 15, Vers 26 lesen, wo Gott sagt, ich bin der Herr, der dich heilt. Es ist auf Gottes Herzen zu heilen. Wir werden dieses Thema genauer untersuchen, also eine Frage nach der anderen. Wir sind mit so vielen Ausreden aufgewachsen, weshalb Gott nicht heilt, wie zum Beispiel, du hast Sünde in deinem Leben oder du musst zuerst vergeben. Du bist unter einem generationsübergreifenden Fluch. Es ist nicht Gottes Wille. Es ist nicht Gottes Zeit dafür jetzt. Es ist der Dorn in meinem Fleisch. Du bist im Unglauben und die kranke Person wird beschuldigt. Erstaunlich ist jedoch, dass wir keine davon im Leben von Jesus oder im Leben seiner Jünger finden. Wenn wir jedoch an eines dieser Hindernisse glauben, wird es tatsächlich zu einem Hindernis werden, weil wir somit uns selber ein Glaubenshindernis und eine Beschränkung vorgesetzt haben. Es wurden so viele Bücher geschrieben mit Erklärungen und Gründe, weshalb Gott nicht heilt. Wenn wir uns an dieses Thema machen, tragen wir verschiedene Orten von Brillen. Findest du meine Brille? Religion! Eingeschaut Schauen durch die Brille der Religion und finden somit viele fromme Gründe, weshalb Gott nicht heilt. Erziehung! Andere schauen durch die Brille so aufgewachsen und erzogen. Sie haben nie etwas anderes gehört und deshalb weder hinterfragt noch viele Gedanken darüber verloren. Meine Erfahrungen. Einige schauen durch die starke Brille der eigenen Erfahrungen. Du sagst vielleicht, aber ich habe es so und so erlebt und deshalb kann ich in diesem oder jenem Fall unmöglich Heilung der Wille Gottes sein. Wir werden das ganz genau untersuchen. Und dann natürlich meine eigene Meinung. Das mag vielleicht komisch tönen, denn jeder hat offensichtlich seine eigene Meinung. Was ich aber damit meine, ist, dass man seine eigene Meinung nie hinterfragt oder genau mit der Bibel verglichen hat. Es ist immer wertvoll, seine Gedanken mit dem zu vergleichen, was die Bibel lehrt. Ich bitte dich jetzt nur um eins. Welche Brille du auch immer trägst, wage sie für einen Moment wegzulegen und dich 100% auf das Wort Gottes zu fokussieren. Wir werden jetzt ganz viele verschiedene Versen anschauen miteinander, wenn wir diese Fragen beantworten. Ich werde versuchen, jede Aberfrage so kurz wie möglich zu beantworten, denn ich bin mir bewusst, dass die Menschen heutzutage nicht viel Zeit haben. Ich habe dieses Thema in zwei Hauptteile aufgeteilt. In den ersten neun Fragen spreche ich über Hindernisse zur Krankenheilung entfernen. Und hier sind die Fragen. Aber es ist nicht immer Gottes Wille, dass jeder geheilt wird. Aber sogar Jesus konnte nicht alle heilen wegen ihres Unglaubens. Aber benutzt Gott nicht Krankheit, um uns zu erziehen? Aber Paulus wurde auch nicht geheilt von seinem Dorn im Fleisch. Aber Paulus hat Menschen krank zurückgelassen. Aber ist Gott nicht souverän und hat alles unter Kontrolle und entscheidet, wann er heilen will? Aber Jesus entschied sich nur für einen auserwählten Mann am Teich und ließ die anderen ungeheilt. Aber bezieht sich durch seine Wunden, sind wir geheilt nicht ausschliesslich auf geistliche Heilung? Aber müssen wir nicht zuerst fasten, bevor wir für Heilung beten? Und danach werde ich über weitere elf Fragen sprechen zum Thema Gott will dich gebrauchen, um Kranke zu heilen. Und hier sind die Fragen. Aber muss ich nicht eine klare Berufung von Gott haben, um Kranke zu heilen und zu predigen? Aber brauche ich nicht zuerst ein Remerwort von Gott, bevor ich für Kranke beten kann? Aber war es nicht ausschliesslich der Auftrag, der Apostel zu heilen? Aber welche Rolle spielt der Glaube, wenn es um Heilung geht? Aber benötigt der Kranke nicht Glauben für sich selber, wenn für ihn gebetet wird? Aber ich weiss nicht, wie man Kranke heilt. Aber haben wir wirklich Autorität und Macht über Krankheiten und Dämonen? Aber wie übe ich Autorität über böse Geister und Krankheiten aus? Aber was mache ich, wenn es scheint, als sage Gott Nein zu meiner Heilung? Aber welche ist die richtige Perspektive von biblischer Heilung? Und zuletzt, aber was hat ein Botschafter Christi zu sein mit Heilung zu tun? Vielen Dank, dass du dir das angeschaut hast und bis bald! Musik Untertitelung des ZDF, 2020